Willkommen zurück. Die Entscheidung für die optimale Linux-Distribution für den täglichen Gebrauch ist von erheblicher Bedeutung und beeinflusst maßgeblich das gesamte Nutzungserlebnis. Angesichts einer Vielzahl von verfügbaren Optionen, die jeweils auf unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse zugeschnitten sind, erfordert die Suche nach der besten Lösung sorgfältige Überlegungen. In diesem umfassenden Leitfaden werden wir vier der führenden Linux-Distributionen erkunden, die sich durch ihre Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit bei alltäglichen Aufgaben auszeichnen. Und jetzt ringfrei! Werfen wir einen Blick auf die Kandidaten. Ubuntu. Ubuntu hat sich als eine der beliebtesten und benutzerfreundlichsten Linux-Distributionen etabliert, dank seiner Stabilität und umfassenden Unterstützung durch die Community. Diese Distribution eignet sich besonders gut für Nutzer, die von anderen Betriebssystemen umsteigen und bietet eine einladende Umgebung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche. Die Installation von Software wird durch das Ubuntu-Software-Center vereinfacht, das Zugriff auf umfangreiche Paketquellen voll von Anwendungen bietet. Besonders erwähnenswert sind die LTS-Versionen von Ubuntu, die mit bis zu beeindruckenden zwölf Jahren Langzeitwartung ausgeliefert werden. Linux Mint Linux Mint basiert auf Ubuntu, zeichnet sich durch Eleganz und sofortige Benutzerfreundlichkeit aus. Mit der hauseigenen Cinnamon-Desktop-Umgebung, die sich an Nutzer richtet, die ein traditionelles Layout ähnlich wie bei Windows bevorzugen, bietet Linux Mint einen nahtlosen Übergang für Linux-Neulinge. Neben der benutzerfreundlichen Oberfläche ist Linux Mint für seine robuste Multimedia-Unterstützung bekannt, die die tägliche Unterhaltungs- und Produktivitätserfahrung für Nutzer optimiert. Die reguläre Linux Mint-Edition basiert auf Ubuntu. Es gibt noch eine alternative Edition, genannt LMDE, das steht für Linux Mint Debian Edition. Wie der Name sagt, diese basiert auf Debian und ist technisch mit der regulären Ubuntu-basierten Edition gleichwertig. Fedora Für fortgeschrittene Nutzer, die nach einer Distribution mit modernster Technologie suchen, ist Fedora eine herausragende Wahl. Beliebt bei Entwicklern und Enthusiasten bietet Fedora die GNOME-Desktop-Umgebung mit einer puristischen und unveränderten Ästhetik. Die konsequente Übernahme neuster Softwarefortschritte macht Fedora besonders geeignet für diejenigen, die Zugang zu den neuesten Apps, Schnittstellen und Funktionen suchen, ohne dabei die Stabilität des Systems zu vernachlässigen. OpenSUSE Tumbleweed OpenSUSE Tumbleweed ist eine Rolling-Release-Distribution, die Stabilität mit aktueller Software vereint. Mit einer einzigartigen Kombination aus Zuverlässigkeit und frischen Paketen bietet Tumbleweed kontinuierlich die neuesten Software-Updates. Das Yet Another Setup-Tool, kurz Just-Konfigurationswerkzeug, erleichtert die Systemverwaltung und macht OpenSUSE Tumbleweed zu einer attraktiven Option sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer. Tauchen wir tiefer in die individuellen Merkmale, Stärken und Überlegungen jeder Linux-Distribution ein, um euch dabei zu helfen, eine informierte Entscheidung basierend auf euren spezifischen Bedürfnissen zu treffen. Ubuntu Ubuntu hat sich als eine der beliebtesten und benutzerfreundlichsten Linux-Distributionen etabliert, dank seiner Stabilität und umfassenden Community-Unterstützung. Diese Distribution eignet sich besonders gut für Nutzer, die von anderen Betriebssystemen umsteigen und bietet eine produktive und hübsche Umgebung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche. Die Installation von Software wird durch das Ubuntu-Software-Sender vereinfacht, das Zugriff auf umfangreiche Paketquellen voll von Anwendungen bietet. Besonders erwähnenswert sind die LTS-Versionen von Ubuntu, die mit beeindruckenden 12 Jahren Langzeitpflege ausgeliefert werden. Dies setzt sich aus 5 Jahren regulären Ubuntu-LTS-Support und 7 Jahren ESM-Support über ein Ubuntu-Pro-Abo zusammen. ESM steht für Extended Security Maintenance. Das Ubuntu-Software-Center verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Anwendungen, die sicherstellt, dass Benutzer Zugang zu einer breiten Palette von Software für verschiedene Bedürfnisse haben. Die einfache Software-Installation trägt zu einer nahtlosen Benutzererfahrung bei. Die Ubuntu-Community ist eine der größten und aktivsten im Linux-Ökosystem. Benutzer können Unterstützung durch Foren, Dokumentation und von der Gemeinschaft bereitgestellte Ressourcen finden, was Problemlösungen und Lernen zugänglicher macht. Linux Mint Basierend entweder auf Ubuntu oder Debian konzentriert sich Linux Mint auf ein ausgefeiltes und benutzerfreundliches Erlebnis. Es hat eine engagierte Nutzerschaft und die ästhetische Anziehungskraft wird durch den hauseigenen Cinnamon-Desktop abgerundet, wird dieses Gesamtpaket durch Aufmerksamkeit für Details. Linux Mint bietet die Desktop-Umgebung Cinnamon eine Abspaltung von GNOME, die Einfachheit und Vertrautheit bietet. Benutzer, die ein traditionelles Layout ähnlich dem von Windows schätzen, finden die Desktop-Umgebung von Linux Mint einladend. Linux Mint zeichnet sich durch hervorragende Multimedia-Unterstützung aus, stellt sicher, dass Benutzer nahtlos Musik, Videos und andere Multimedia-Inhalte genießen können. Codexes und Plugins für verschiedene Media-Formate können bei der Installation gleich optional mitinstalliert werden, was den Bedarf an zusätzlichen Konfigurationen reduziert. Der Update-Manager in Linux Mint ermöglicht es Benutzern, den Update-Prozess nach ihren Präferenzen zu steuern und auf Wunsch voll zu automatisieren. So kann das System ohne Zutun stets sicher und aktuell gehalten werden. Linux Mint hat Zugriff auf die Ubuntu- oder Debian-Paketquellen, was im Klartext bedeutet, ein Sack voll Apps und Pakete, alles was das Herz begehrt. Das Linux Mint Team arbeitet aktiv mit seiner Benutzergemeinschaft zusammen, um Feedback zu sammeln und Probleme anzugehen. Dieser benutzerorientierte Ansatz hat zur Popularität der Distribution erheblich beigetragen, was allgemein in einer Rundum-Sorglos-Distro mündete. Fedora Fedora, gesponsert von Red Hat, ist bekannt für sein Engagement für die Übernahme modernster Technologien und die Bereitstellung einer Plattform für Software-Innovation. Fedora verwendet standardmäßig die GNOME Desktop-Umgebung, die eine saubere und moderne Benutzeroberfläche bietet, so wie das GNOME-Projekt es sich vorstellt. Das GNOME Software Center vereinfacht die Installation von Anwendungen und das Gesamt-Design legt den Schwerpunkt auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Fedora setzt auf ein semi-rollendes Veröffentlichungsmodell, das sicherstellt, dass Benutzer Zugang zu den neuesten Software-Aktualisierungen und Linux-Körneln erhalten. Dies macht es zu einer attraktiven Wahl für Entwickler und Enthusiasten, die neue Funktionen und Verbesserungen erleben wollen, sobald sie verfügbar sind. Mit seinem Fokus auf Innovation ist Fedora eine entwicklerfreundliche Distribution. Es bietet eine Plattform zum Testen und Beitragen zu den neuesten Software-Fortschritten, was es zu einer bevorzugten Wahl für Entwickler macht. Fedora hat eine aktive Community, die auch aktiv zu seiner Entwicklung beiträgt. Das Fedora-Projekt ermutigt die Community zur Teilnahme und Benutzer können sich an Diskussionen beteiligen, zur Dokumentation beitragen und Probleme über verschiedene Kanäle melden. OpenSUSE Tumbleweed OpenSUSE Tumbleweed zeichnet sich als Rolling-Release-Distribution aus, die Stabilität mit der kontinuierlichen Verfügbarkeit der neuesten Software-Updates in Einklang bringt. Als Rolling-Release-Distribution bietet OpenSUSE Tumbleweed Benutzern ein ständig aktualisiertes System. Dieses Modell gewährleistet Zugang zu den neuesten Funktionen und Verbesserungen ohne Notwendigkeit von Versions-Upgrades. OpenSUSE ist einzigartiges JAS, das steht für Yet Another Setup-Tool, vereinfacht die Systemkonfiguration und Verwaltung. Es bietet eine zentrale Schnittstelle für Aufgaben wie Software-Installation, Hardware-Konfiguration, Dienste-Einstellungen und Systemeinstellungen. Tumbleweed zielt darauf ab, eine stabile Basis zu bieten, während die neueste Software bereitgestellt wird. Diese Kombination spricht Benutzer an, die ein Gleichgewicht zwischen Zuverlässigkeit und Zugang zu modernen Funktionen suchen. OpenSUSE Tumbleweed ermöglicht Benutzern aus verschiedenen Desktop-Umgebungen zu wählen, einschließlich KDE-Plasma und GNOME. Diese Flexibilität kommt unterschiedlichen Benutzerpräferenzen entgegen und gewährleistet ein personalisiertes Computererlebnis. Wenn dir Tumbleweed zu progressiv ist, dann könnte eventuell OpenSUSE Slowroll auch etwas für dich sein. Diese neue Ausgabe wird für 2024 erwartet und wird rollend sein, jedoch etwas langsamer rollen als Tumbleweed. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl der besten Linux-Distributionen für den täglichen Gebrauch von individuellen Vorlieben, Anforderungen und Vertrautheit mit dem Linux-Ökosystem abhängt. Ubuntu, Linux Mint, Fedora und OpenSUSE Tumbleweed bieten jeweils einzigartige Funktionen und Stärken, die ein vielfältiges Spektrum von Benutzern ansprechen. Ubuntu zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche, sein umfangreiches Software-Repository und starke Community-Unterstützung aus. Die LTS-Releases bieten eine stabile Grundlage für Benutzer, die Wert auf Zuverlässigkeit legen. Linux Mint baut entweder auf Ubuntu oder Debian auf und verbessert das Benutzererlebnis mit der Cinnamon-Desktop-Umgebung und robuster Multimedia-Unterstützung. Sein Fokus auf Ästhetik und Engagement der Community macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für diejenigen, die eine ausgefeilte und benutzerfreundliche Umgebung suchen, die speziell den Linux-Desktop bedient. Fedora spricht Enthusiasten und Entwickler mit seiner Übernahme modernster Technologien und einer Mischung aus Rolling-Release und Point-Release-Modell an. Die Gnome-Desktop-Umgebung, gepaart mit einer Verpflichtung zu den neuesten Software-Veröffentlichungen, positioniert Fedora als zukunftsorientierte Distribution. OpenSUSE Tumbleweed schafft ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Frische durch sein Rolling-Release-Modell. Das JAS-Konfigurationswerkzeug vereinfacht die Systemverwaltung und Benutzer können aus verschiedenen Desktop-Umgebungen wählen, was Flexibilität bei der Anpassung bietet. Letztlich werden Benutzer ermutigt, mit verschiedenen Distributionen in z.B. virtuellen Umgebungen oder als Dual-Boot-Option zu experimentieren, um die perfekte Linux-Distribution zu finden, die ihren spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Die Vielfalt der Linux-Community stellt sicher, dass es eine Distribution gibt, die auf jeden Benutzer zugeschnitten ist, egal ob sie Stabilität, Benutzerfreundlichkeit, innovative Funktionen oder eine Kombination aus diesen Faktoren bevorzugen. Indem die Stärken von Ubuntu, Linux Mint, Fedora und OpenSUSE Tumbleweed erforscht werden, können Benutzer fundierte Entscheidungen treffen, um ihre tägliche Computer-Erfahrung im Linux-Ökosystem zu verbessern. Wenn du jetzt speziell mich nach einer Empfehlung fragst, würde ich Linux Mint oder Ubuntu empfehlen. Das gilt gleichermaßen für Neueinsteiger wie auch für die, die nach einer Lösung suchen, die einfach und zuverlässig funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein kostenloses Kanal-Abo, einen Daumen hoch und die Aktivierung der Glocke sehr freuen. So bekommst du immer sofort Infos, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, kannst du dies tun, zum Beispiel durch eine YouTube-Mitgliedschaft, aber auch via Patreon oder Paypal. Mit einer YouTube-Mitgliedschaft erhaltet ihr frühzeitig Zugang zu meinen neuen Videos als Bonus, nämlich immer sofort nach Upload. Die Zuwendungen helfen meinem Projekt wirklich und ich danke im Voraus und ich danke auch all denen, die mein Projekt unterstützen und unterstützt haben. Ich möchte mich für die freundliche Aufmerksamkeit bedanken und wünsche dir einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin. Ciao.